Herzlich Willkommen zurück zu Far Cry, mit mir, den Jan. Ja, wir befinden uns hier auf unserer Pirka-Fahrt Richtung Kloster, beziehungsweise wir sind am Kloster. Und sollen hier unseren Weg finden. Sieht ja auch danach so aus. Oh mein Gott. Wir sollen halt unseren Weg finden, weil Sabal ein bisschen angepisst war, dass wir die Leute geopfert haben. Ach, das ist eine Pflanze. Okay, na dann. Was steht da? Ah, der Sohn des großen Mohan. Sabal sagte, du möchtest sehen, was deinen Vater inspiriert hat. Ja, so grub tut das hin. Banner Schuhe, Gott der Götter, erschuf die Welt durch seinen Gesang. Dafür danken wir ihm. Wir danken den Göttern, dass sie uns Leben spendeten. Bitte, nimm dir einen Opferkorb. Vollende die Schalter. Okay. die an den ehrenwerten ich habe ihren brief verhalten möchte sie direkt beruhigen die gerüchte die sie gehört haben stimmen nicht der verrückte den die dorfbewohner dami nennen war niemals ein schüler unseres ordens und der puja heute morgen spreche ich mit gemeinden wir werden uns uns von diesem unfunk nicht unserem ok irgendein abtrünniger keiner möchte verantwortlich sein schon verstanden namaste eine karte erinnert uns daran das wachstum aus der bereitschaft erwächst seine grenzen zu überschreiten was sehr fasziniert das leben ist so zart und flüchtig wie der hauch eines süßen duftes der weihrauch symbolisiert unsere sterblichkeit der weihrauch symbolisiert unsere sterblichkeit die göttere segnen uns mit weisheit und wir sammeln sie in den gebietsmühlen und uns von den schlechten gedanken zu säubern noch so ein sammeln etwas ein leben ohne emotionen ist kein leben doch eines das von emotionen kontrolliert wird wird davon verschlungen füge das pulver zu die die daten die du beschafft hast diese karte zeigt das kloster die armee wird jeden augenblick deine position angreifen bleibt drin die armee wird gleich angreifen ok da hat er doch was gutes dass ich hier bin und muss nicht nur ein geschenkkörbchen durch die gegend schauen es gibt was zu tun ok ok ich sollte 0 zum ziv hier bereite dich vor und nimm dir waffen aus den kisten ich kämpfe für 3 hier kommen alle hin aber Ey! What the fuck? Das hab ich nicht gut rutscht in meiner Verteidigung. Jetzt hab ich noch mehr Mini. Jetzt mach ich noch ein paar auf die andere Brücke. Hab ich nicht noch eine? Ok. Wir haben ja schon den ersten Rücken. Wir haben ja auch auf beiden Seiten den schwarzen Stabler zu erwischen. Aber, na doch, auf der linken Seite hat's kurz so nett. Aber ich heinklick gar nicht, ob wir in der Waffe wieder wussten wie die Waffe wieder. Ja, ok. Unverstanden. Oh nein, ich kann hier nicht drüber, jetzt hab ich noch mal wieder drauf. Sie zerstören die Ikonen! Ja, ich bin ja erst mal auf der Blas und Rücken in der Waffe dran. Weil die nicht drüber dran sind. Sie wollen die Türen aufsprengen! Nachlassen! Ja, um! Hör die Waffe! Oh! Was kommt denn hier? Wäre ich eigentlich nicht nur aufsprengen mit dem Messer. Für einen Messer Takedown. 60 Sekunden da oben noch. Start hab ich! Warte, wo kommt denn die Schüsse her? Wir setzen das Entgelt! Sie greifen die heiligen Statuen an! Das wird sogar die Neuer! Bumm! Warte, für dich hab ich was zu tun! Wer wird hier und jetzt sterben, na? Und weiner? So einfach mal, ich weiß jetzt nicht. Boah! Ah! Okay, da unten wird gleich wieder... Deswegen wurden wir auch so zugebombtet im ganzen Entgelt. Sie greifen das Waffenversteck an! Oh! Ich sehe dich! Ich sehe das Gesicht! Da! Hat aber viel ausreichend! Halleluja! So! So! Sie greifen die Mönche an! Schnell zu den Türen! So, frech! So war... So war 2. Nehmen wir erstmal unseren Bogen wieder. So Safe-Kills können wir die hier ganz gut nehmen. Verschuldigen wir keine wichtigen Mögenzüge. Also... Vielleicht bin ich schon noch mal gelongen. Ah, ich glaube... Wir haben das ganz gut durchgestanden. Du hast uns gerettet! Du bist deines Vaters Sohn, AJ! Danke, AJ! Danke! Danke! Hallo, AJ! Hallo, AJ! Wo bist du? Karma! Wende Karma-Ergegnisse überdrehen! Mani-Mühlen! Um Kana zu halten! Höch dein Karma-Level, um Schützenhilfe Upgrade zu halten! Blablabla! Hatten wir das nicht schon mal? Amita! Das Kloster ist gesichert! Vielleicht erkennt Zabal nun die Bedeutung guter Aufklärung! Hättest du nicht diese Karte besorgt, hätten wir nie rechtzeitig eingreifen können! Gute Arbeit, AJ! Du hast gewartet, dass wir zuerst die Informationen gesammelt haben! Das ist doch gut! Ah, die Munitionskiste ist heute raufgegangen! Also kann man offensichtlich die Munitionskisten hochgehen lassen! Ah! Du machst mir keine Angst! Sollte ich aber! Fast zerstören! So! Wir haben noch... Wir haben zwei Aufgaben! L Für Longinus! Pfff! Und Y! Y ist aber irgendwo und nirgendwo! Aber ich glaube, ich mache jetzt aber trotzdem hier erstmal den Glockenturm! Ja, ich weiß, für euch ist das nicht ganz so cool, wenn ich die ganze Zeit immer nur erkunde, erkunde, erkunde! Aber ich hätte... Aber seht's mal so! Irgendwann muss ich ja mal fertig sein mit dem erkunden! Und ich finde es halt immer extrem blöd, wenn man irgendwo in der Gegend ist, wo es dann auch wer so rot ist! Das heißt, dass da feindlich Patrouillen rumfahren! Macht ich den Far Cry 3 schon nicht! Und wenn man vor allen Dingen nicht sieht, was wo ist! Achtung! 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 Ich habe gerade vorhin den Hammerschuss ausgehauen. Ich habe hier so einen Lasermasier gesehen. Egal, egal. Okay, wir müssen irgendwie außen hoch, offensichtlich. Ein Leiter? Ja, da muss ich eigentlich auch noch vorfallen. Das ist durchaus korrekt. Das passt ja. Wenn wir lange mit der Durchhaltung von der Fronten kommen, kann ich sogar direkt vorüberkommen. Okay, so geht es auch. Achtung. Das hat gewünscht. Sehr gut. Ja, da. Ich muss das machen. 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 Es ist auch das machen. Ich ziehe mir wieder auf die Nerven. Passiert mich nicht. Was mich mehr interessiert ist. Was für ein Kaffee ist. So, was willst du mir denn jetzt übernehmen? Walafat? Boah, Walafat. Was ist denn das? Walaschussbaum des Nils. Ganz spannend. Ganz verstanden. Was geht darum, sich zu zählen? Eine Höhle. Das ist schon ganz. So. Lichte dich Nebel. Ich hätte kurz überlegt, diesen aus Posten zu machen. Aber das ist komplett unsinnig. Normal, wenn man die Straßen nimmt. Immer an dem vorbei muss. Also machen wir den. Also machen wir den aus dem Posten. Ich möchte nicht. Was tun wir an dem Sender? Wingshuge. Wingshuge. Das ist echt voll cool. Das macht mega Laune. Wingshuge für eine gute Messe zu machen. Den konnte man... Also ich finde es echt schön, dass man den hier direkt kaufen kann. Weil in Fuckry 3 musste man den ja storytechnisch erst bekommen. Das hat Ewigkeiten gedauert. Also was heißt Ewigkeiten? Aber doch ein gutes Stück. Wenn man dann... nur das Zug endlich hatte. Aber der macht halt vieles einfacher. Aber gerade hier in so bergigen Gebiet ist er noch mal bergiger als Fuckry 3. Fuckry 3 hat ja nur seine 1, 2, 3 Berge. Und der Rest wäre nur so. Möchte gern Hübung. Okay. Da sind nochmal zwei. Das waren die im Leben alle. Gehen wir da auf den Außenposten. Auf den Vorsprung. Nicht Außenposten. Zum Außenposten will ich ja hin. Ähm. Exklusives Fass. Ja okay, wir müssen eigentlich... Karma-Ereignis. Verfolge und töte den Gruppier. Nee, gerade keine Lust. Ah. Frei. Ich hasse runter. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Ja. Bleib bloß liegen. Liegen bleiben. Aufhören. Hör auf zu rollen. Hör auf zu... Alter. More than close. Seht ihr doch genauso meiner... Lieben Hündchen da, ne? So, jetzt machen wir erstmal hier, ne? Klettermaxe nach unten. Ja, und wenn ihr versucht jetzt, um hier nachzuspringen, wird das schlecht für euch ausgehen. Okay, da stehen zwei Typen direkt am Alarm. Wenn ich jetzt ne schallgedämpfte Waffe... ... in der Automatik am besten, hätte ich da jetzt einfach mal durchzwiebeln können. Und die beiden halt schnell umlegen können. Aber so funktioniert das nicht. So wird das nicht funktionieren, deswegen müssen wir das jetzt ein bisschen anders machen. Können wir jetzt schon Fettis umlegen? Ja, sehr schön. Schwerer Take-down. Das war wichtig. Überlebensspritze. Ich stelle eine Spritze her, die verringert sich... ... und eine Negerschlange zu enthält. 30 Sekunden. Okay, aber nur den Nahkampfschaden. Das wiederum ist Kacke. Damit du Dinge reparierst. Die Kamera zeigt nun sammelbare Objekte an. Ja, okay. Dann nehmen wir das. Das ist mega wegen dem Reparieren. Ich bin auch Hater kein Lover. Ehrlich jetzt? Jetzt. Dann macht noch ein bisschen mehr Krach. Auch gut. Alle Alarme der. So wollte ich das haben. Das heißt, egal wie viele Fische wir jetzt bauen, es wird keine Verstärkung für die Freunde kommen. Jetzt lassen wir hier nach oben und suchen noch weitere Begegnungen. Könnte ich sehen, dass das wirklich so wenige sind. Das war jetzt sehr gefährlich, aber er hat ja irgendwas gesehen. Da wollte ich lieber schnell den Ausblick schaffen, als ihm irgendeine Chance zu geben, für eine Entdeckung kundzutun. Interessanterweise habe ich immer noch keine neuen Leute gesehen. Die Leute, dass hier drin noch welche sind. Da war ein. Ich gehe jetzt zum Ausdruck nochmal aufs Dach. Und den Hinterhof rein. So, ist ja gut. Wie kann ich jetzt eigentlich das Kind da an der Seite entdecken? Himmchen. Wenn er da stehen bleibt, so schön da. Sehr schön. Noch eine Woche weniger. Das heißt, es bleiben noch mindestens zwei. Wahrscheinlich sind aber drei. Ich werde nicht von der Seite ins Lagerhaus reingehen. Das ist mir zu gefährlich. Gehen von oben rein. Ich kann ja von oben die Stockgacke ganz in Ruhe abkloppen und zwei Takedowns von oben kommen. Ich gebe ein. Witzig, wie die Hund ist jetzt hier. Einer da? Einer da? Oh, da voll war die noch im Boden unterwegs. Oh, das war sehr laut. Aber gut. Mö... Ich will auf jeden Fall auf das Zwischen... Da ist der andere. Wenn ich den einen im Takedown bekomme... ohne dass ich den anderen im Blickfeld habe ohne Spaß, diese Schrotflinten, was das da gerade war, viel zu viel Schaden, es war ohne Deckung, ohne alles, das war einfach nur Kacke wissen wir aber wenigstens wie es da unten grob aussieht weil diesmal habe ich einen dritten markiert gekriegt ich verarschen wieso treffe ich den nicht das sieht von dir so aus, als würde ich den die ganze Zeit voll in die Fresse schießen na gut wir stopfen jeden Moment zu euch wir stopfen jeden Moment zu euch aber jetzt ist doch die andere Art wir kommen von der Straße wir kommen von der Straße wir kommen von der Straße genau so ok, wenn ich den Typ anders flankieren will du wertlose Stück Scheiße verdammt noch kann die 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 den kriege ich trotzdem. Schwere Geburt, ja. Da ist aber auch gerade echt... Das macht so viel Kraft, wenn ich irgendwo runterfalle. Ich hoffe, das kann ich irgendwann noch mal ein bisschen weh da machen. Was ist das denn mit der Jagd überleben? Okay. Es gibt echt interessant viele Nebemission, so viele gab es bei FuckRide 3 nicht. Das kann ich nur noch abwarten. Nein. Ja, der muss an den Acht machen. Das ist ein Recht, Töter! Weg hier! Dann muss der nach unten... Dann müssen wir nach unten. Dann gehen wir nach unten. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal. Mensch, 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 Mensch. Hier haben wir noch eine andere Tatsmission. Finde ich cool. Es gab einen Angriff, ich glaube, es ist okay. Was ist denn ein Angriff? So, erstmal, wer was Neues freigestellt hat. Oh, könnte die Pistole eine Pistole sein, die man schalldenken kann? Could this be possible? Ja, tatsächlich. Ja, zwei unterstützte Aufsätze zwar nur. Aber, ich will einen Schalldämpfer. Der Waffe, was haben wir? Nachtsicht? Ich weiß nicht. Erweitertes Magazin klingt wahrscheinlich auch gar nicht so kacke. So, aber. Oh, ein wunderschönes Feuerrot, das nennt sich auch Pink. Silber oder Gold? Ich finde es Silber schick. Und nicht ganz so teuer. So. Das muss ich mir jetzt noch einmal angucken. Und zu Gemüte führen, diese Waffe. Ich möchte dich nicht noch einmal erheben. So. Aha, das geht. Okay, der Sound ist gewinnert. Die Nachläufe, Schnelligkeiten, Schüsse sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn im Magazin ist in Ordnung. Zehn pro Maga, also was heißt zehn pro Maga eigentlich, neun, Magas, zehn und eine im Laufe. Kann man mitarbeiten. So, wir haben ja noch Militzen nachfüllen. Wir haben ja das Geld. Wir haben das Geld. Aber an dieser Stelle sind die Folge auch leider schon wieder vorbei. Ich danke euch wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, habt einen Traum auf den Restdienstag. Hau rein.